hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge vintage story mit dem failjack ja liebe leute ich habe schlechte nachrichten ich habe einen fliegenpilz gegessen ja und dann bin ich gestorben und ja fangen wir jetzt wieder bei 0 an was war jetzt ja jetzt habe ich keine fackel jetzt habe ich gar nichts mehr natürlich schlecht weiß natürlich nicht sieht man eigentlich irgendwie und dann weiß sieht man gar nicht wo man ist bin ich denn weiß nicht wo mein lud ist aber ja das ist schlecht ich weiß ja schön dass sie wieder eingeschaltet hat wir sind immer noch in den bergen unterwegs aber es hat jetzt in meinem bald irgendwie das war ein einzelner wasserfall ja ich hoffe ich finde ihn wieder und schon wieder nicht so wieder wölfe erfolgt mir und jeder folge muss sie vor wölfe flüchten hier das gibt es auch gar nicht und schon wieder tot ja liebe leute und da gehen wir jetzt noch mal los schon wieder hier gespawnt und da war noch vorhin jetzt machen wir erst mal folgendes uns hier noch weiter auf die suche machen oder was auch immer genau die man muss erst mal hier das muss ich mal gucken hier sieht man kaum so und mal gucken dass wir hier uns mal verteidigen können gegen die wölfe und das hat erstmal priorität hier machen böse aua ne ich glaube mein loot werde ich nicht wieder finden also keine fackel ist natürlich sehr schlecht ne das ist wirklich sehr schlecht so und haben wir schon mal ein schwer ich bin schon mal etwas ja das war wo unser loot unser loot war eigentlich in so einem fels der in der luft hing an einem wasserfall ich wollte in der letzten folge los gehen und essen suchen ja und dann habe ich essen gefunden da ist der fuchs tun ja eigentlich nichts solange so nicht irgendwie belästigt muss man gucken dass das hier lecker 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 essen also das ist schon mal viel besser wie in meinem angezogen 1 was jetzt ärgerlich ist dass ich die fackel nicht mehr habe als wenn man sonst irgendwie feuer bauen und dann hat das heißt auch unbedingt messer jetzt ich hoffe ihr hört diese geräusche und draußen nicht sie sind hier heute alle am rasen mähen und nach und was nicht alles und das finden wir nie wieder unseren loot werden wir nie wieder finden also fackel ade vielleicht doch mal noch durch zufall oder so vielleicht doch mal noch durch zufall oder so vielleicht doch mal noch durch zufall oder so das ist ein feuerstein sieht hier schon ganz gut aus wollte ja gerne so in so einer art schneebio wohl dahin vielleicht das so aus wo wir waren ja oder soll mal hingehen scheint hier so eine tundra zu sein was denn hier mal gucken was wir alles jetzt haben stecht ging es da rote johannisbeeren rote johannisbeeren wursch kann man den pflanzen ergrüben rüben samen heiserbeeren heiserbeeren bursch das war ein bisschen dahin fangen wir schon wieder voll wir müssen eigentlich schild finden um hier ein paar taschen herzustellen wenn jetzt mal die rote johannisbeeren uns reinhauen dabei wird es wohl auch nicht bleiben reicht erstmal das wird schmeißen mal gucken bleib bloß weg zu blöder wolf das ist noch einer das muss so ein schwebender stein sein wo ein wasserfall ist ich glaube nicht dass wir den wieder finden haben wir ähm kupfer ne wir werden uns mal weiter in der tundra fortbewegen ja die kreiber oder so braucht man den ich für um eine schmiede zu bauen kann das sein wird jetzt mal einfach hier ein bisschen rum hatten dass wir sinnvoller minder schaufel jetzt ne ich habe mir schon ein paar sachen hier hingestellt da wollen wir 1 2 3 6 7 ich habe den wiki offen mit so ein paar crafting rezepten jetzt gleich mal testen das geht ne wissen das doch shirt gravel ist das aber drüben zeigte mir an auf dem wiki dass er will den grauen gravel haben so ein ofen zu machen mit dem geht das nicht ok also graue war schon mal richtig oder falsche graue ja wo gehen wir hin gute frage also holz wäre schon nicht schlecht hier will ich nicht unbedingt bleiben ist schon ziemlich trostlos aus hier so ein einzel so ein einzelner war das aber kleiner da war ein wasserfall dran ob unser luther noch immer ist der dies bond auch mit sicherheit auch hier sehr schön jetzt haben wir einen platz männer jetzt mal was raus schmeinen nein machen wir anders jetzt kommen wir den raus wenn man das jetzt mal anders warte mal so wenn jetzt nämlich achsen messer jetzt erstmal ein messer craften na so ach keinen platz wieder so so das 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 hat trotzdem keinen platz ja 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 ist ja gut mach die weg hier so ähm gerne klinge bauen wir jetzt nicht unbedingt und ach scheiße auf das kupfer da haben wir jetzt nichts von wir wollen erstmal taschen das geht schneller viel schneller viel schneller ach das geht nicht so so da unten das sind natürlich nur algen hier aber glück dass solche schiffen das wird es dunkel da ist noch was wir wollen ja so viel davon ne könnte eigentlich auch ein bisschen weniger sein finde ich übertrieben viel ne übertrieben viel ne so jetzt sehen wir nichts mehr sehen wir noch was alles mitnehmen was wir finden können selber hier was haben wir jetzt 22 reicht aber nicht um alle taschen zu machen ja liebe leute müssen wir weiter gucken und das ohne licht jetzt ich jetzt wüsste wie man eine fackel macht sich sie hat zwar wie gesagt den wiki offen aber kann er jetzt nicht darauf zugreifen sonst habt ihr glaube ich ein schwarzes bild ich muss mal gucken das geht dass man auf einen anderen monitor zugreift ohne dass ihr ein schwarzes bild bekommt immer dunkel ich sehe schon gar nichts mehr ich sehe nichts mehr ist das jetzt noch eigentlich eingestellt mit diesen ich glaube nicht oder muss man das immer neu einstellen 96 so war das ne noch mehr als vier tage bis monster erscheinen das ist so geil dann diese berge einfach nur geil für alle die es noch nicht wissen ich habe die chance auf 640 erhöht das ist fast die hälfte also man kann es ja mal einfach einstellen ich denke mal die meiste werden mit 256 spielen und dann dachte ich meine leute da muss noch ein bisschen mehr kommen da muss mehr gehen und dann habe ich einfach gedacht jetzt probierst du mal ein bisschen rum habe eine settings gespielt und ja dieses was habe ich das mal aufgeschrieben 640 das nächste wäre 864 das wäre dann genau die hälfte der leiste aber das ist auch schon okay zu hoch ist nicht gut weil da sind die berge zu hoch sind echt gewaltige berge sind das und da kann man nicht spielen drin hat das ist bist du immer nur dann hüpfst du von ein riesenberg über den nächsten und so weiter ich kann die einsammeln mal kurz ein paar von denen essen mit ck sehen da gemüse wenn wir uns noch ein bisschen als ein ball anfang kann man ein bisschen obst pflücken so da ist noch mehr essen kann man die genug haben so dann lass uns mal schnell mal schnell ein paar körper machen wir wollen ja mal zwei ne ob nummer eins mal ein bisschen ein bisschen mehr taschenplätze bekommen so wie das hier echt knapp langsam wenn ich einer gegend hier gespawnt war es reicht nicht zwei also ich brauche noch zwei vier sechs stück wollen noch sechs schilf noch natürlich alle abgefahren ist nur einer ohne messer dauert das ich jahre komme noch schilf ist hier ich komme schilf gas sieger schilf gas sieger gas sieger schilf na und jetzt auch leute und schon hier raus also wasser bis zum gas sieger schilf ja muss einsammeln das haben wir jetzt acht das jetzt zwei vier sechs acht zehn wochen war so müsste reichen 12 12 12 12 und damit haben wir unsere taschen dann auch packen wir jetzt mal die büschereien ja bisschen von dem essen werden lassen wir mal die stöcke da rein die samen und müssen wir uns auch schon etwas neues kraften langsam wenn jetzt erstmal darüber schwimmen weil wir schon mal richtung den riesigen berg da guck mal was da so alles neu ist mit schilf kann man sich auf körper machen aber das müssen wir dann nochmal fahren irgendwie hier sind alles so inseln der war aber nahe der wolf jetzt schon echt das sieht echt gigantisch aus ne findet er auch oder mal schauen hier wir wollen auf jeden fall holz wir brauchen essen und den ganzen anderen miste ich mal wenn wir so dann ja weiter ins inland ist heraus dass sie so wasser noch mal bären wenn man nicht so richtig will manchmal nicht raus war das auch mal gucken da kommen wir da hier viel lang näher das ist einer massiven felswand aus schon mal gerade hier sind noch an der küste ach man muss dieses einem auferdell muss man jetzt mal eingehen wenn man neu einläuft oder jetzt muss das mit der hand wieder weghauen und geht das nicht aber den feuerstein also jetzt aber ohne messer gehen wir diese dinger nicht daraus dann machen wir uns halt noch mal messer ja die musik kommt auch nicht obwohl ich so häufig eingestellt habe weil ich finde die echt schön die musik hatte ich auch in meinen angezockt schon gesagt ja liebe leute wir haben schon über länger wir sind schon am folgenende angelangt schade aber wir sehen uns ja wieder in zwei tagen und dann geht das hier weiter mit dem feld jack schön dass ihr mit dabei wart hat mich wirklich sehr gefreut ich werde mir jetzt noch ein paar messer machen und dann geht es ja auch gleich weiter in der nächsten folge lasst mir ein leichter ein abo würde ich mich sehr drüber freuen und ja dann sehen wir uns aber sprachfehler dann sehen wir uns einer in einer weiteren folge mit dem feld jack im vernebelten tal und ja bis denn